Hallo, Leute, herzlich willkommen bei TuneBoto. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Amazon Music herunterladen und auf USB-Stick speichern. Mit Hilfe von TuneBoto Amazon Music Converter können Sie dies in wenigen einfachen Schritten tun. Jetzt legen wir los. Zuerst starten Sie TuneBoto auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts. Hier können Sie das Ausgabeformat, die Ausgabequalität und die Bitrate der Ausgabedateien anpassen. Es stehen fünf Ausgabeformate zur Auswahl und die Ausgabequalität unterstützt bis zu 320 kbps. Hier können Sie auch die Optionen zum Organisieren von Ausgabeordnern anpassen, um Ihre Musikbibliothek besser zu organisieren. Jetzt können Sie eine beliebige Playlist öffnen und auf das blaue Symbol in der unteren rechten Ecke klicken, um Songs hinzuzufügen. Wählen Sie Ihre Lieblingslieder aus und klicken Sie dann direkt auf die Schaltfläche Konvertieren, um die Konvertierung zu starten. Warte einfach einen Moment, bis der Download abgeschlossen ist. Hier können Sie einstellen, dass der Ausgabeordner nach der Konvertierung automatisch geöffnet oder das System in den Ruhezustand versetzt wird. Nachdem die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie die erfolgreich konvertierten Songs hier anzeigen. Sie können auch die konvertierten Songs im lokalen Ordner finden, indem Sie auf das Ordner-Symbol klicken. Schließen Sie den USB-Stick an Ihren Computer an. Und dann können Sie die heruntergeladenen Songs direkt auf den USB kopieren und dauerhaft speichern. So einfach ist das! Jetzt können Sie diese Songs auch auf jedes Gerät übertragen und sie jederzeit und überall offline abspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Weitere Tipps finden Sie hier. Wir sehen uns im nächsten Video.